Guten Morgen, Gruß! Mein Name ist Giovanni. Viele nennen mich Gio. Ich mache Kampfkunst und arbeiten tue ich für meinen Bruder. Wenn er neue Aufträge hat, werde ich angerufen und muss sie für ihn erledigen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was für Aufträge? Naja, ich muss für ihn Leute beseitigen, die seine Arbeit gefährden könnten. Aber ich weiß bis heute nicht, was er arbeitet. Sollte ich das wissen? Naja, ist auch egal. Ich weiß, dass ich gerade Hunger habe. Ich sollte mal was essen. Naja, egal. Okay, zurück zu den Aufträgen. Ich beseitige die Leute in einem Kampf. Da die Kämpfe meistens auf der Straße stattfinden, nennt man mich auch den Street Fighter. Los, das schaffst du. Ich glaube an dich. Gib alles. Ja? Bruder? Na gut, ich bin sofort da. Okay, tschüss. Immer wenn es spannend wird. Ihr rührt euch nicht vom Fleck. Ich bin bald wieder da. Komm rein, Bruder. Sitz dich hin. Was hast du? Hat jemand wehgetan? Nein, das war ich selber. Habe ich beim Training verletzt. Ach so. Naja, wegen des Auftrags. Was ist eigentlich mit deiner Stimme los? Hier ist ein Halsbonbon. Ah, schon viel besser. Also, es geht um einen Kerl. Der hat was, was ich dringend brauche. Du musst ihn für mich erledigen und mir dieses Zeug besorgen. Zuerst einmal, was ist das für ein Kerl? Und was für Zeug? Das wirst du schon sehen. Er trägt dich immer in seiner linken Hosen-Tasche. Er ist mit allen Kampfsportarten dieser Welt großmeister. Er hat schon ein paar Menschen umgebracht. Aber für dich ein Kinderspiel. Das sehe ich anders. Ich bin nicht mehr in Form. Ich habe es im Training gemerkt. Und meine Reflexe sind auch nicht die, die es einmal waren. Und mein letzter Streetfight war vor fast einem Jahr. Was ist los? Was mit mir los ist? Das war voll der langsame Schlag. Das war Schneckentempo. Das war ja fast schon Zeitlupe und du hast nicht mal reagiert. Ja, schon gut, schon gut. Übergreifest es mich nicht. Ich habe dir ja gesagt, dass ich schwach geworden bin. Schwach? Du warst nicht mal anwesend. Jetzt ist gut. Ach, kein Ding. Den Auftrag erledest du mit Links. Auf jeden Fall geht es über den Morgen schon los. Aber ich rufe dich vorher nochmal an und sage dir, wo sich der Typ genau aufhält. Ach, übrigens. Arbeit für Alia. Alia die Grausame? Ja, genau die. Ach, bevor du gehst. Du weißt, was zu tun ist. Oh nein. Muss das denn sein? Ja. Ich habe mal wie üblich vier Kämpfer aufgeschrieben. Den Namen, den du ziehst, musst du gegen diesen Kerl kämpfen. Oh nein. Hast du wenigstens gute Kämpfer dabei? Du weißt, was letztens passiert ist. Da habe ich Steven's egal gezogen und hab Tierisch auf die Fresse bekommen. Nein. Lass gut sein. Nein. So sind normale Regeln. Dein Ernst? Jean-Claude Van Damme? Ist doch cool. Ich bin ein begeisterter Platzspot-Fan. Hast du vielleicht Chuck Norris dabei? Den kannst du mir geben. Dann kann ich den Kerl auch von zu Hause aus fertig machen, ohne ihn zu berühren. Nein. Den hatte ich nicht dabei. Aber John Travolta hätte ich noch gehabt. John Travolta? Das ist nicht mal ein Fighter. Für mich schon. Na ja. Ich wünsche dir viel Glück. Und unterschätze diesen Kerl nicht. Ich habe noch von ihm gehört. Er soll der Beste auf der Playstation 4 sein. Vor allem in FIFA. Und was hat das jetzt damit zu tun? Nichts. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Okay Bruder, ich muss dann mal los. Ich muss mir noch einen Kampf anschauen. Echt? Wer kämpft denn? Ryo Gang sub-Zero? Was? Aliyah! Was ist? Ich habe gehört, dass dieser Gio unseren Mann töten möchte. Er will das Zeug. Was hat er gesagt? Er hat gehört, dass dieser Gio unseren Mann töten möchte. Was? Schon wieder dieser Gio? Er und sein dämlicher Bruder kotzen mich an. Immer runden sie dazwischen. Aber dieses Mal kommen sie nicht lebend davon. Ja, wir dürfen diese beiden Brüder nicht unterschätzen. Was hat er gesagt? Was für eine Sprache spricht er? Wir dürfen die beiden nicht unterschätzen. Das weiß ich selbst, du Produkt eines Pinguins. Aliyah, soll ich unseren Auftragsmann begleiten? Ich könnte mich verstecken. Und falls unser Auftragsmann versagt, könnte ich Gio töten. Ist eigentlich eine gute Idee. Aber vermassle es nicht. Ja, er darf unsere Falle nicht erkennen. Was zum Teufel redet dieser Typ? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Okay, ich mache mich auf den Weg und schaue, ob ich etwas herausfinden kann. Ah ja. Tu das. Tu das. Tu das. Tu das. Ich hoffe, dass alles gut wird. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Du bist sicher, dass du keinen Kopfschutz und keinen Körperschutz willst? Ja, ist ja nur ein Spannungskampf. Na gut. Ich verstehe dich nicht. Hoffentlich bringe ich ihn nicht um. Ich verstehe dich nicht. Das war ich. Es ist gleich soweit. Unser Auftragsmann ist schon auf dem Weg. Ich hoffe, er vermasselt das nicht. Keine Sorge, den kann man nicht besiegen. Außerdem habe ich gehört, dass dieser Gio nicht mehr in guter Form sein soll. Vielleicht ist das ein Trick von denen. Wir müssen aufpassen. Was erzählt ihr denn schon wieder? Ich verstehe kein einziges Wort. Wir sollen aufpassen. Das weiß ich selbst, du Produkt eines Pavians. Ja, dieser Troll soll dich begleiten. Zu zweit habt ihr wenigstens eine Chance, falls unser Auftragsmann scheitert. Oh, das freut mich. Ich kann endlich auch feiten. Ich werde noch wahnsinnig. Ich verstehe diesen Kerl einfach nicht. Ich rede doch Deutsch. Ich rede gut Deutsch. Es bringt nichts, wenn du lauter redest. Man versteht dich einfach nicht. Er meint, sie sind feucht. Gut feucht. Was? Okay, hau weiter ab und bringt mir Gios Kopf. Okay, es kann losgehen. Ja? Bruder, es kann losgehen. Was? Jetzt? Nein, morgen. Natürlich jetzt. Mach dich auf dem Weg, besorg mir das Zeug. Und denk dran. Schon kommt bald dann. Ja, ja, ich weiß. Okay, tschüss. Hört euch nicht vom Fleck. Ich bin bald wieder da. Da bist du ja. Ich hab auf dich gewartet. Dein Ende naht. Freu dich nicht zu früh. Du weißt nicht, wen du da vor dir hast. Mhm, klar. Du weißt doch Gio, oder? Ähm, ja, schon. Na also, lass uns nicht quatschen. Der Streetfight kann beginnen. Gehen wir es an. Das soll dieser berühmte Gio sein? Ha, dass ich nicht lache. Alia, es läuft alles nach Plan. Nur unser Volltrottel von Paolo. Er hat den Schwanz eingezogen. Aber das schaffe ich auch alleine. Okay. Warte, warte. Lass mich telefonieren. Na gut. Du hast eine Minute. Ich bin sowieso außer Atem. Ich brauche etwas Luft. Ja? Ja? Bruder, ich bin's. Ich hab keine Chance. Schluss mit Van Damme. Lass mich als Gio kämpfen. Vielleicht hast du recht. Gut. Zeig denen, was Gio so kann. Was ist? Ach nichts. Ich muss auch jemandem zeigen, was ich so kann. Okay. Ich bin's. Not bei. Ich bin's. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. Eine Minute. Oh, shit! Alles muss man selber machen. Linken Hosenkarsch hat er gesagt. Schaps. Es ist aus, Gio. Du hast tapfer gekämpft. Doch jetzt ist es aus. Wie wird das enden? Werde ich das überleben? Oh, ich glaube, das habe ich jetzt laut gesagt. Und wie wird der Kampf zwischen Rio und Sab-Siro ausgehen? Das alles seht ihr in Episode 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.